Herr Maurer, Sie sind mit einer Rakete von SpaceX, Elon Musk, zu ISS geflogen, ne? Ganz genau. Als Europäer bin ich immer per Anhalter durch die Galaxis unterwegs. Das ist in der Vergangenheit mit Soyuz oder mit Space Shuttle. Und jetzt ist es halt mit der amerikanischen kommerziellen Raumfahrtindustrie möglich, weil wir Europäer uns, weil wir es nicht riskieren oder uns nicht selbst engagieren, eine eigene europäische Rakete zu entwickeln, die Europäer ins All fliegen kann. Und das müssen wir erinnern. Das ist der Moment, ne? Genau, das ist der Moment beim Einsteigen, bevor es losging. Und das war am 11. November 2021. Sie sind ganz links zu sehen, glaube ich, ne? Ganz links, genau. Der, der am weitesten grinst. Sie mit drei Amerikanern, ne? Ganz genau. Und hätten Sie sich das jemals träumen lassen? Ich meine, auf sowas arbeitet man ja lange hin. Und am Ende fliegen Sie nicht mit einer Ariane, sondern Sie fliegen mit einer Rakete von SpaceX, ein Privatflugzeug. Genau, mit einer gebrauchten Rakete. Die war ja schon mal geflogen. Die ist danach dann nochmal gelandet, hat dann einen Satelliten hochgebracht, ist dann nochmal gelandet. Und nach einem halben Jahr hat sie meine Kollegin Samantha Christopheretti aus Italien hochgebracht. Immer mit derselben Rakete? Immer mit der gleichsten Rakete. Und welches Modell? Falcon 9? Das ist eine Falcon 9, die fliegen standardmäßig bis zu 15 Mal. Aber jetzt wird schon daran gearbeitet, die noch öfter zu fliegen. Und die Kapsel, mit der ich oben war, das war eine ganz neue Kapsel, die ist jetzt schon zum dritten Mal wieder oben. Das ist gerade auch wieder am All. Und die gehört einem Milliardär aus Kalifornien, dem aktuell reichsten Menschen dieses Planeten. Und die Fachwelt hat lange gesagt, das geht nicht, Raketen wieder zu landen, wieder zu verwenden. Und da sind wir bei dem Thema. Natürlich, wir haben bei vielen der Fragestellungen noch keine Antworten. Aber es wird Menschen geben, die diese Antworten finden, auch auf zukünftige Fragestellungen. Ich glaube, wir haben sogar ein paar Bilder vorbereitet. Vielleicht können wir das mal zeigen. Das war ja spektakulär damals. Der Moment, in dem Musk dann zum ersten Mal gezeigt hat, das geht. Wir können einfach wieder landen. Vorher war die Situation, du fliegst quasi mit der 747 nach New York. Und wirfst sie weg. Und wirfst sie weg. Und dann kaufst du eine neue. Genau. Und jetzt kommen wir zurück. Und wir zeigen das einmal ganz kurz. Was war technisch, Herr Maurer, daran, die große Herausforderung, das zu machen? Ja, die Hauptstufe, in der 70 Prozent des Werts der Rakete liegen, die wieder zu landen. Also das ist ja eine Stufe, die ist auf über 100 Kilometer Höhe. Da sehen wir das, ne? Das ist das Starship, das wieder landet. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung. Wir sind jetzt gerade im Übergang zwischen Falk 9 und Starship. Falk 9 mit einer Dragon-Kapsel, mit der ich geflogen bin, da passen vier Astronauten rein. Und diese Starship-Rakete könnten bis zu 100 Astronauten reinpassen. Das heißt, es wird jetzt auch noch wie Bus fahren, quasi? Das ist, ich würde es mal so sagen, wir sind am Übergang zwischen Cessna-Fliegen, was wir momentan machen, hin zu einem Airbus A320. Und das wird natürlich den Transport von Fracht deutlich günstiger gestalten. Das heißt, da sitzen dann nicht mehr diese vier Leute drin, sondern da sitzen dann 200 oder 100. Ja, 100, aber gut, am Anfang wird erstmal nur Fracht hochgebracht. Aber er könnte die ganze Raumstation mit zwei Raketenstarts hochbringen. Das heißt, wir haben 21 Jahre gebraucht, um die Raumstation aufzubauen, mit vielen, vielen Space-Shuttle-Starts. Und das wäre jetzt in Zukunft mit zwei Starts möglich. Weil ein Privatmann sich das überlegt hat. Wie ist das möglich? Dass Staaten das nicht können? Und ein privater, ein Mann, von dem die einen sagen, der obere Teil seines Körpers ist Genie. Und dann darunter ist so ein bisschen Mid-Love-Crisis und alles Mögliche. Und schwieriger Charakter und so weiter. Sollte man solchen Leuten das All überlassen, solche Themen, solche Dinge? Das ist die Frage ja schon. Ich habe es versucht, vorsichtig zu formulieren. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Also ich fühle mich bei solchen Fragen immer an den Film Moonraker erinnert. Von James Bond, wie der dann da oben auf so eine Raumstation kommt und muss irgendeiner Übelgräge da das Handwerk legen. Genau. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich bestürzend, dass man im Weltall fast so etwas hat wie eine Diktatur. Während also hier unten auf der Erde die Demokratien versuchen, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten, hat man es bei so einer Firma dann wirklich ja mit jemandem zu tun, der technologisch das völlig durchdrückt. Der natürlich auch eine ganze Truppe von ganz hervorragenden Kolleginnen und Kollegen hat, die in dem Gebiet einfach absolute Spitzenklasse sind. Und der lässt sie konvergent, also wirklich zusammenlaufend an diesem Projekt arbeiten. Viele Herausforderungen, die man vielleicht in Anführungsstrichen im Öffentlichen, Öffentlichen-Rechtlichen sozusagen hat, die haben die nicht. Das heißt, die sind einfach nur dazu da, das zu bauen. Und das ist natürlich schon sehr beeindruckend, wenn man das sieht. Andererseits muss ich aber hier dann schon mal an der Stelle, gerade wenn ich dann höre, wir beschleunigen einen technologischen Vorgang, doch mal wieder Wasser in den Wein gießen. Denn wir haben ja schon erlebt, dass Beschleunigungsprozesse in Technologien ganz erhebliche Schäden anrichten können. Und wenn Paketen von hier unten starten... Beispiel, woran denken Sie da? Naja, ich denke daran, dass wir in den Jahren von 1960 bis heute von 310 Parts per Million CO2 auf 420 Parts per Million CO2 gegangen sind, alleine nur durch eine technologische Beschleunigung. In den letzten 30 Jahren insbesondere, dass eben zum Beispiel das Fliegen eine Massenerscheinung geworden ist, dass Kommunikation eine Massen... Also vieles von dem, was wir heute ja auch als wichtigen Bestandteil des modernen Lebens empfinden, hat seine Kosten. Und der Flug ins Weltall ist momentan mit den Treibstoffen, die verwendet werden, extrem klimaschädlich. Also das ist ein deutlicher Unterschied pro Passagier, was den CO2-Ausstoß betrifft. Und jetzt die Vorstellung, dass da 100 Passagiere in so einer Rakete drin sind und dass das vor allen Dingen, um ständig mehr und mehr Infrastruktur ins All zu bringen, in einer Form sich vervielfältigt, wie wir das heute bei dem Phänomen, sagen wir mal, Massentourismus sehen, wenn ich mir vorstelle, dass wir das wirklich ins Weltall tragen mit den Stoffen, die wir momentan haben, würde das einen ganz erheblichen Teil zur Klimaerwärmung beitragen. Das können wir eigentlich nach den Erfahrungen, die wir mit den Beschleunigungsprozessen in den letzten 50 Jahren haben, eigentlich nicht wollen. Das können wir so nicht weitermachen und deshalb hat die Raumfahrt-Großmacht Luxemburg im August 2017 als erstes europäisches Land ein Weltraumgesetz verabschiedet. Das klingt lustig und das ist es irgendwie auch. Was wird da geregelt, Frau Rotter? Also in erster Linie geht es darum natürlich auch um den Bergbau im Weltraum. Letztendlich geht es darum, dass man jetzt sehen kann, Luxemburg hat angefangen, andere Staaten haben schon hinterhergezogen. Ich weiß nicht, Luxemburg, of all states Luxemburg. Aber dass tatsächlich man versucht dabei, die nationalen Weltraumindustrien in eine möglichst gute Ausgangslage zu bringen. Dass man den rechtlichen Rahmen in den Ländern schafft, um die Weltraumindustrie, also die New Space Economy zu fördern, weil das ist ein immenser Wachstumsmarkt. Herr Lesch hat es ja schon angesprochen, es geht um Infrastruktur, um Dienste. Digital vernetzte Gesellschaften sind heute in so einem großen Maß davon abhängig, dass man hier wirklich eine große Gewinnmarge erwarten kann. Und vielleicht noch mal ganz kurz zurück, was Herr Lesch auch gesagt hatte und ihre Eingangsfrage, was man, wieso ein Elon Musk das überhaupt kann. Weil, ganz ehrlich, im Vergleich zu dem ersten Mondrennen, zu dem ersten Space Age, sich die Charakteristika, die Rahmenbedingungen der Weltraumnutzung wirklich verändert haben. Früher war es ein staatliches Monopol, was das technische Know-how angeht, was Produktionskosten angeht. Das hat sich mehr und mehr Richtung Industrie, private Akteure vergeben. Und gerade in den USA hat es da einen Paradigmenwechsel gegeben, dass man eben gesagt hat, der kommerzielle Sektor soll doch bitte diese Payloads in den Weltraum schaffen oder Astronauten nach oben. Also das ist eine politisch gewollte oder, sag mal so, vielleicht waren die Folgen nicht ganz absehbar, aber das ist einen politischen Kontext gesetzt worden, dass sich einfach die Rahmenbedingungen dermaßen verändert haben, dass es jemandem wie Elon Musk ermöglicht, diese verrückten Dinge zum Teil zu tun. Wie diskutieren Sie das, Herr Mauer, mit Ihren... Genau, also ich würde ganz, ganz zu dem Thema Luxemburg, weil Sie das so eingeführt haben, nochmal in Wort sagen. Ja, ist irgendwie schön, also ich mag das. Ja, aber man muss sich überlegen, wir hatten ja eben angesprochen, wo kann man im Weltraum Geld verdienen? Und dann hat man das Thema mit Energieerzeugung angefangen. Aber eigentlich fängt man in der Telekommunikation an. In der Telekommunikation ist es so, jeder Euro, der dort investiert wird, der erzeugt 20 Euro Gewinn. Und der Weltmarktführer... Wow, 1 zu 20. 1 zu 20, ein toller Hebel. Okay, das ist mal eine Rendite. Genau, und jetzt überlegen Sie, wo der Weltmarktführer sitzt in der Telekommunikation, in Luxemburg. Deswegen sind die Luxemburger... Wie, Moment, wer ist das? Ja, also verschiedene Firmen sind das die, mir ist der Name jetzt in Fallen. Aber die sitzen in Luxemburg? Die sitzen in Luxemburg, sitzen dort und sind Weltmarktführer in Telekommunikationssatelliten. In der Steuer? Warum sitzen die da? Nein, die sind die ersten, die investiert haben in dieses Feld. Aber wer Luxemburger oder... Das ist eine Luxemburger Firma, die hat über 700 Satelliten im All und verdienen ordentlich Geld damit. Und deswegen ist in Luxemburg auch bekannt, dass Weltraum ein Wachstumsmarkt ist. Deswegen sage ich, Raumfahrt, Großmacht Luxemburg. Ja, ja. Sie sprechen da ja die geostationären Satelliten an im Telekommunikationsbereich. Das ist ja, ich sag mal, die Technologie, die es auch weiterhin geben wird. Aber das sind ja geostationäre Satelliten, die auf einem Orbit unterwegs sind, 36.000 Kilometer Höhe und quasi ortsfest mit der Erde rotieren. Das heißt, ich kann im Grunde gewisse Bereiche links und rechts, nördlich-südlich vom Äquator erreichen, die Polkarten nicht. Also ich habe keine globale Abdeckung und ich habe Polatenzzeiten, weil das Laufzeitsignal muss zum Satelliten hoch und wieder runter. Das dauert, wie lange dauert das? 36 Kilometer? 36.000. 36.000 Kilometer? 36.000 Kilometer, ja. Also das merken Sie, wenn Sie im Sommer vielleicht ein Fußballspiel schauen, im Fernsehen und die Tür offen haben und das Tor beim Nachbarn schon früher fällt, weil der es auf dem Radio hört. Und im Fernsehbild haben Sie es deutlich zeitversetzt. Das ist diese Latenz, die im Grunde spürbar da ist, wenn Sie mit einem geostationären Satelliten arbeiten. Und tatsächlich hat sich Luxemburg sehr früh schon auf dieses Thema gesetzt. Und deswegen war es ganz naheliegend, dass sich Luxemburg sich auch wieder auf die zukünftigen Themen setzt. Aber heute findet Satellitenkommunikation ja insbesondere auch über die sogenannten Low-Earth-Orbit-Satelliten statt. Das sind diese Satellitenkonstellationen wie auch Starlink. Die relativ erdnah sozusagen. Richtig. Wie hoch? Also der Low-Earth-Orbit ist definiert im Grunde als ein Band zwischen 100 Kilometern, wo der Orbit beginnt, bis, naja, 2000 Kilometer plus minus. Okay, und irgendwo dazwischen sind Sie geflogen, oder? Also 400 Kilometer fliegen wir und diese Starlinks, die sind dann 500, 600 in der Größenordnung. Okay. Das ist richtig was los da oben. Lass uns darüber mal reden, das ist Wahnsinn. Wie viele Satelliten hat allein Elon Musk Starlink? Über 5.000. Wie viel? Über 5.000. Mehr als die Hälfte aller aktiven Satelliten gehören Elon Musk. Und er plant 40.000. Er plant wie viel? 40.000. Na dann Prost. Kann er das machen, wie er will, jetzt im Ernst? Ja, leider ist der Weltraum nicht reglementiert oder reguliert. Und deswegen, das war ja eben das Plädoyer, muss auch Europa hier aktiver werden. Weil es werden momentan Fakten geschaffen. Ja. Dadurch, dass einfach Satelliten hingebracht werden und die Regeln sind noch nicht da. Also mal vergleichen mit einem Flugzeug. Wenn Sie in einem Flugzeug sitzen und zwei Flugzeuge haben einen Kollisionskurs, dann können Sie darauf vertrauen, dass der Pilot in jedem Flugzeug weiß, wie er auszuweichen hat. Genau. Bei Satelliten gibt es diese Regeln noch nicht. Da gilt einfach der wilde Westen. Was heißt das? Wer zuerst zuckt, verliert oder so. Das geht ja mit der Rase in der Geschwindigkeit. Ja. Wie schnell? Also es kommt immer auf den Orbit an. Ja. Also wenn in unserer Höhe, in 400 Kilometer Höhe, fliegen wir mit 28.000 Kilometern pro Stunde. Das heißt, Sie sehen nicht, dass da was auf Sie zukommt. Eher nicht. Genau. Wenn Sie davon, das heißt, jedes winzige Teil wird zu einem mörderischen Geschoss, heißt das doch übersetzt. Genau. Ganz genau. Und das kann nur vom Boden aus kontrolliert werden, überwacht werden mit Radarinstrumenten. Das liegt beim amerikanischen Militär. Und die geben ihre Informationen weiter an die verschiedenen Satellitenbetreiber. Und dann müssen die untereinander kommunizieren und sagen, okay, wir haben da eine potenzielle Kollision. Ich denke, ihr solltet ausweichen. Und wenn die sagen, nee, ihr solltet ausweichen, dann muss man... Wie oft kommt sowas vor, wenn man da oben sitzt, so wie Sie? Also je mehr oben rumfliegt, desto öfter kann das vorkommen. Und wir sind jetzt eigentlich am Übergang mit diesen Konstellationen, dass das nur noch mit künstlicher Intelligenz dann autonom geregelt werden kann. Weil jedes Mal, wenn ich ausweiche, verbrenne ich Treibstoff. Das reduziert die Lebensdauer meines Satelliten. Das ist also aktiv Geld, was ich verliere. Und deswegen denke ich, nee, ich weiche nicht aus, weil der andere sollte ausweichen. Ich war zuerst hier. Da haben wir es gesehen, was passiert. Aber da würde ich doch als Investor, wäre ich doch hoch beunruhigt, wenn da oben so eine... Was kostet so ein Satellit? Ist ja eine gute Frage. Kommt darauf an, ob es ein Starlink-Weckwerf-Satellit haben oder ob es ein ganz extrem hochwertig Satelliten haben, der mehrere Jahre lang in der Entforschung war, in der Entwicklung war und der sozusagen enorm teuer ist. Starlink kostet, glaube ich, so ein Satellit um die 300.000 Dollar. Ist das richtig? Genau, weiß ich das nicht. Ich meine ja, oder? Es kommt auch da wieder auf die Generation an, ob er dann auch mit Laser-Terminals sich mit anderen Satelliten vernetzen kann aus der Konstellation oder nicht. Aber wir reden über solche Größenordnungen plus ein bisschen mehr Richtung eine Million, aber deutlich günstiger als früher. Es fiel gerade die Vokabel Wegwerf-Satellit. Ja, also... Was heißt das? Ja, also diese Satelliten werden in Masse hergestellt und man nimmt aktiv in Kauf, dass wenn ein Satellit nicht funktioniert, dass er dann sozusagen wieder eintritt in die Atmosphäre, verglüht und die anderen, man hat genügend Reserve-Satelliten, die dann die Funktion übernehmen können. Da bleibt nichts davon übrig. Wenn der verglüht, ist er weg? Genau, dann ist er weg. Aber es dauert auch ein paar Jahre, bis eben so ein Satellit dann tatsächlich aus seiner Bahn in die Erdanziehung wieder hineinkommt und tatsächlich verglüht. Je nachdem, was die Orbit-Höhe ist, reden wir von fünf bis zwanzig Jahren. Aber wenn man das alles dann kaputt gemacht hat, dann muss man auf einen anderen Himmelskörper, um da wieder die Rohstoffe abzugrafen, damit man die Technik baut, die bei uns irgendwie im Weltall irgendwie... Ich ahne, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe... Und genau deshalb habe ich eingangs schon gesagt, auch als Unternehmer, der an ein nachhaltiges Business denken möchte, mache ich mir Sorgen wegen dieser Wildwest-Methode, weil ich verderbe mir ganze nutzbare Orbits, indem ich diesen Weltraumschrott produziere. Ja, ja. Ich meine, wer soll denn da noch durchfliegen, Herr Maurer? Sie nicht. Ja, wir fliegen da durch. Durch dieses... Ja, also... Ich meine, das ist jetzt eine Animation, ne? Das ist eine Animation. Muss man sich das ungefähr so vorstellen? Ja, gut, ich meine, das ist natürlich, der Weltraum ist sehr, sehr groß und die Abstände sind natürlich schon größer. Aber wir können vom Boden aus nur Weltraumschrottteile vermessen, die zehn Zentimeter oder größer sind. Und wenn wir jetzt einen Start machen zur Raumstation und dann werden wir natürlich einen Korridor wählen, der frei ist von Weltraumschrott. Oder auch wenn wir auf der Raumstation sind und es gibt Kollisionskurs, dann müssen wir ein Ausweichmanöver fliegen, wenn wir genügend Zeit haben auszuweichen. Und vier Tage nach meinem Start... So, darauf wollte ich gerade hinaus. Die Russen, ne? Genau. Haben was gemacht? Genau. Also wir sind nachts geweckt worden und es hieß, ein Satellit ist auseinandergebrochen. Und wir in viele, viele Teile und wir müssen jetzt gucken, dass wir uns in Sicherheit bringen. Also es war zu kurz, um auszuweichen. Man wusste nicht, wo diese Trümmerteile hinfliegen. Das war in knapp 100 Kilometer über uns und wir hatten zwei Stunden Zeit, uns vorzubereiten, bevor wir in dieses Trümmerfeld hineingeflogen sind. Was heißt vorbereiten in dem Zusammenhang? Ja, alle Lupen dicht machen auf der Raumstation und sozusagen dann uns in unsere Kapsel zurückziehen und Daumen drücken. Das war so ein bisschen wie der Beginn von dem Film Gravity-Gefühl. Ja. Genau. Aber ich meine, wenn das Ding trifft, dann geht er doch durch wie... Genau, dann wird das durchgehen. Das ist, also wir können gewisse Teilchen abfangen. Ich glaube, in Größenordnung ein Zentimeter. Aber alles, was größer ist, wird ein Loch rein schlagen. Und deswegen haben wir alle Schotten dicht gemacht. Wenn wir da nur ein Modul verlieren, dann wäre der Rest der Station auch sicher. Kann man eigentlich sowas vorausbrechnen? Und ab wie vielen Teilen in dieser Weltraumschrott-Haufen wird es kritisch? Also gibt es da Instabilitäten, die irgendwie auftreten? Ja, es ist Kessler-Syndrom. Also es gibt, der Herr Kessler hat das abgeschätzt, ich glaube in den 80er Jahren. Und es ist eine Anzahl, wenn die überschritten ist, dann ist sozusagen der Weltraum für keinen mehr zugänglich. Und wie weit sind wir davon entfernt jetzt prozentual, gefühlt? Das kann ich so nicht sagen. Also ich kann es nicht sagen, aber es gibt Fachleute, die wissen... Kessler-Kessler-Syndrom. Kessler-Syndrom, das sozusagen durch eine Kollision kaskadenartig eine Kettenreaktion folgt, weil diese Weltraumschrott-Teilchen kann man ja nicht kontrollieren. Wer hat das in den 80ern berechnet? Ich glaube in den 70ern so. 70ern sogar, okay. Da war auf jeden Fall deutlich weniger Zeug da oben, darauf will ich hinaus. Ganz genau. Gilt diese Rechnung noch, frag nur für einen Freund? Ich glaube auch. Ja, ich glaube, dass sich die Dynamik inzwischen durch Elon Musk und weitere Akteure noch weiter verschärft hat. Sie schickt doch demnächst, wie viel? 40.000 nochmal hoch. Über einen längeren Zeitraum. Über einen längeren Zeitraum, aber irgendwann sind sie da und ich las dieser Tage, dass ich meine, Musk ist ja nicht der Einzige, der auf Daten angewiesen ist. Es gibt das Unternehmen in Sachen Daten, Alphabet, Google mit anderen Worten, die bauen das doch auch auf. Betreiben die selber auch Satelliten? Ja, also Amazon möchte die Kuiper-Konstellation hochbringen. Esa, die Iris. Was für eine Konstellation? Also es ist eine andere Konstellation, die heißt Kuiper. Also es ist nur ein Name. Ja, ist schon klar. Aber lass uns das einmal kurz durchgehen, weil das ist interessant. Amazon bringt wie viele Satelliten hoch? Die Anzahl weiß ich nicht, ist aber auch eine Konstellation. Um was zu machen? Wahrscheinlich in Konkurrenz zu Starlink zu sein. Ja, also und dann die Europäische Union möchte das Iris-Squared-Konstellation hochbringen. Also wir machen das jetzt auch? Aber eine geringe Anzahl von Satelliten. 160, ungefähr. 160 Satelliten. Genau. Dann gibt es nicht zu vergessen das Projekt, was tatsächlich auch ich mal gestartet habe 2014, was 600 Satelliten jetzt ins All bringen wird. Dann haben wir OneWeb. Das ist auch eine Konstellation. Es sind bis zu 100.000 Satelliten geplant und beantragt. Also was ich ja interessant finde, ist, wir reden auf der einen Seite über die dringende Regulation des Weltalls durch Menschen gemachte Gesetze, vergessen aber ganz offensichtlich, wie wir gerade sehen, die Naturgesetze, die ja da oben eine ganz besondere Rolle spielen, weil der Weltraum ist leer, das heißt es gibt keine Reibung. Da sind wir schon mal raus. Wir können also die Bewegung von Teilchen extrem gut vorausberechnen, wenn es sich nicht um kleine Trümmerwolken handelt, die total da durcheinander fliegen. Also das heißt, wir können eigentlich ziemlich genau berechnen und deswegen ist Weltraumfahrt ja überhaupt nur möglich, weil dort oben Reibungseffekte erstmal keine Rolle spielen. Deswegen können wir auch die Planeten so gut berechnen. Aber dass wir dann in der technologischen Expansion dann schon wieder so tun, als könnten wir diese Naturgesetze sozusagen bis zum Limit pushen oder drüber hinausgehen, das erinnert schon wieder daran, wie wir hier auf der Erde damit umgehen, dass wir hier eben auch die Naturgesetze komplett ignorieren und sagen, komm, das wird schon irgendwie werden. Frau Otter, Sie wollten? Das ist wieder die perfekte Überleitung, weil das tatsächlich, was wir momentan auf der Erde beobachten können, diese geopolitische Konfliktsituation vornehmlich zwischen den USA und China, das spiegelt sich auch im Weltraum wieder. Und das natürlich beispielsweise jetzt diese Art von Satelliten-Netzwerken, diese Metakonstellation, China zieht genauso nach. Ich glaube, mit 13.000 Satelliten. 13.000? Genau. Demnächst werden die Saudis auch noch kommen, die Inder kommen auch auf jeden Fall? Ganz genau. Also Weltraum natürlich Faszination. Gleichzeitig sind wir natürlich unglaublich abhängig heutzutage von diesen satellitengestützten Diensten, die angeboten werden. Und dadurch ist Weltraum natürlich auch möglich ein Mittel der Machtprojektion. Absolut. Und nochmal ganz kurz, dieser Satellit, dieser russische Satellit, Sie haben gesagt, der ist auseinandergebrochen. Ja, im Endeffekt ist er abgeschossen worden. Aber das hat man uns anfangs nicht mitgeteilt. Der ist abgeschossen worden? Genau. Warum? Ja, das war eine klare Machtdemonstration, meiner Meinung nach. Russland hat den Satelliten abgeschossen, um zu zeigen, dass sie es abschießen können. Das Gleiche hat vor ein paar Jahren schon mal Indien gemacht. Und dann hieß es, wir mussten den abschießen, um zu zeigen, dass wir eine Weltraum-Supermacht sind. Und China hat schon Satelliten abgeschossen, die USA haben Satelliten abgeschossen. Wie macht man sowas? Rein technisch? Ja, da wird eine Rakete hoch in den Weltraum geschossen, auf einen Satelliten. Und dann trifft er und erzeugt ein Riesentrummerfeld. Geht's runter um. Das ist ja dann ein Angriff, oder nicht? Ja, aber dieser letzte Angriff... Also völkerrechtlich auch? Nee, wenn man einen eigenen Satelliten... Nein, den eigenen nicht, aber wenn du jetzt den anderen triffst aus Versehen, hast du plötzlich... Genau, das ist halt eine Weltraumwaffe dann. Aber wir sehen, der Weltraum ist so wichtig geworden, auch für die Militär ist es so wichtig geworden, weil die ganzen Augen oder Beobachter, die wir oben im All haben, das ist halt einfach entscheidend für die Situation auf der Erde. Also es sind nicht nur die Telekommunikationssatelliten, es sind die Erdbeobachtungssatelliten. Übrigens für den Klimawandel kommen 95 Prozent der Daten von den Erdbeobachtungssatelliten. Die Frage, was passiert, ne? Genau. Wie dick ist das Meereis? All diese Dinge, ne? All diese Dinge. Nicht nur die Ausdehnung, sogar die Dicke, ne? Wird alles aus dem All gemessen. Genau. Auch nach, wenn es Krisen gibt, Erdbeben gibt oder Überschwemmungen, dann hat man halt durch diese Erdbeobachtungssatelliten hat man die aktuellen Daten und Informationen. Also ganz, ganz wichtig dann auch für die Krisenkräfte. Dann haben wir die Navigationssatelliten und Europa hat hier auch das modernste Navigationssystem der Welt, Galileo. Das ist nicht nur zum Navigieren mit dem Handy, wenn man irgendwo rumfährt, sondern auch das Zeitsignal ist so hochpräzise, das nutzt man auch in der Industrie zum Schalten und Steuern von Energienetzen oder auch Börsenkurse und so weiter und so fort. Windräder? Wie bitte? Windräder, wenn man aus dem All gesteuert hat? Genau, genau. Aus dem All? Zum Teil nutzen die auch dieses Zeitsignal. Und wenn wir jetzt einmal uns einen Tag vorstellen würden ohne Satelliten, dann würden wir unseren Alltag nicht mehr wiedererkennen. Von daher ist es so wichtig. Was wäre dann alles weg? Können wir das einmal ganz kurz mal? Frau Rotter beschäftigt sich auch damit. Was wäre dann weg? Es geht los mit Wetterbericht. Wie Herr Maurer gesagt hatte, wie komme ich heute zur Sendung? Es geht darum, dass ich beispielsweise den internationalen Personen- und Warenverkehrtransport so nicht mehr regeln könnte. Es geht darum, wenn ich beispielsweise Aktien kaufen würde, da geht es um diesen Zeitstempel, der ausgestellt werden muss. Sie könnten vermutlich auch nicht mehr Geld von Ihrem Bankkonto abheben, weil es da auch diese Zeitstempelung braucht, diesen Abgleich zwischen Ort und Zeit. Also wir sind heutzutage in einem erheblichen Maße wirklich von Weltraumtechnologie abhängig. Und Herr Maurer hatte es gesagt, da kann ich jedem nur dieses Video von der Deutschen Luft- und Raumfahrtagentur empfehlen, die allen gezeigt haben, was passiert, wenn man einen Tag den Weltraum ausschalten würde. Und es wäre ziemlich duster. Es kommt Tara Glesch und sagt, duster ist das nicht. Naja, es ist natürlich eine kritische Infrastruktur. Wir haben uns in diese völlige Abhängigkeit begeben und müssen jetzt, und da kann ich euch allen nur zustimmen, natürlich als Europäer müssten wir uns dringend darum kümmern, dass wir wenigstens in der Lage sind, unsere eigene Infrastruktur zu schützen, wenn es irgendwie geht. Also auch die Kontrolle über die eigene Infrastruktur zu haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man einmal diesen Weg gegangen ist, dann muss man eben, wer A sagt, muss dann im Grunde genommen auch B sagen. Und da fehlen dann schon die entsprechenden europäischen, sagen wir mal, richtigen Schritte, die konsequent sind. Das sind die anderen Länder deutlich konsequenter, weil sie für ihre zukünftige Rolle natürlich auch offenbar eine ganz andere Strategie haben. Was den Europäern oft fehlt, ist eine klare Strategie, dass sie mal sagen können, jetzt haben wir ein Ziel oder einen Teilschritt unserer Strategie erreicht.